Dieses Video wird Ihnen präsentiert von der Firma Berufsbekleidung Leising in Lippenbüren. Ihr Fachmann für Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und textile Veredelung. Berufsbekleidung Leising, Gutenbergstraße 8 in Lippenbüren. Weiter, weiter, weiter. Ja! Ja, Krasse! Krasse! Ja, Krasse! Du hast die ganze Zeit zu tun! Eindringen! Alleine! Krasse! Krasse! Ja, Krasse! Ja, Krasse! Was ist der für'n Pass? 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 Ja! Was ist der für'n Pass? Ja! 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 Fällig aufgegött! Fällig aufgegött! Fällig aufgegött! Fällig aufgegött! Fällig aufgegött!